Wir feiern heute. Die Ampel hat es geschafft und beschließt gemeinsam ein Gesetz. Das ist ja absurd. Gemeinsam mit der FDP. Ich kann es selber nicht glauben. Ich kann es selber nicht glauben. Ja, aber es ist schon sehr schade. Es ist nach außen sehr negativ diskutiert worden. Das hätte nicht sein müssen, aber es freut mich sehr, dass wir das bekommen haben, was wir wollten. Darf ich das sagen? Wir wissen, dass die Kamera läuft. Ja, ja.